Geschichten vom Moggaller So, jetzt ist er also da, der große Tag. Koffer sind gepackt, Auto ist gepackt und wir montieren den Hänger dran. Ein riesen Hänger, der gut auch einen fetten Mercedes Kombi oder was transportieren könnte, aber wir stellen uns jetzt schon vor, wie es ausschaut, wenn das kleine Moggaller draufsteht. Ja, und um das mal auszutesten, hat mein süßer sein Fahrrad draufgeschnallt, auf den monstergroßen Hänger. Ja, sieht lustig aus und wird bestimmt den ein oder anderen auf der Autobahn ein bisschen verwundern. Also es ist Montagmorgen, wir machen uns sehr früh, 6 Uhr glaube ich war es, auf den Weg. Ja, es war uns schon klar, dass die ganzen Promis an dem Tag auch unterwegs sein werden. Was es natürlich wirklich bedeutet, 900 Kilometer mit dem Anhänger, Maximalgeschwindigkeit 100 Stundenkilometer bis nach Italien runterzufahren, donnern kann man ja in dem Fall nicht sagen. Das haben wir dann auch erst im Laufe des Tages realisiert. Tatsache war, mein süßer hat noch Nachtschicht gehabt und es war vereinbart, dass ich die erste Strecke fahre. Ja, auf zuletzt wollte er natürlich unbedingt wieder selber fahren. Aber ich konnte mich durchsetzen und gesagt, Nix da, du hattest Nachtschicht, es war eine verdammt anstrengende Fahrt, weil du ausgebremst wirst, du schläfst, ich fahre. In Innsbruck können wir neu verhandeln. So viel zum Thema, das haben wir dann ausdiskutiert, akzeptiert, durchgezogen. Und ich mache mich auf den Weg, auf die Autobahn. Ja, am Anfang war das ja noch ganz nett, aber ich habe relativ schnell gemerkt, das wird blöd. Vor allen Dingen, wenn du realisierst, dass diese ganzen Promis, die eigentlich nicht mehr als 100 fahren dürften, sieht man ja an ihrem Schild hinten dran, alle 101,5 fahren oder halt gleich mit 120, 130 durchdonnern. Und wenn du dann dich zwingst, wirklich deine 100 einzuhalten, mit dem Hänger, hast verloren. Das ist zum Hinterherfahren zu wenig, aber zum Überholen zu viel. Also sehr, sehr anstrengend. Also quetschst du dich halt ständig in so ein Brummi rein. Also in eine Lücke zwischen zwei Promis. Dann habe ich mir gedacht, naja, machst du entspannte Fahrt. Klebst du dich hinter einen dieser Promis und hältst halt die Geschwindigkeit hinter dem, den Stress mit dem ständigen. Kann ich überholen, kann ich nicht überholen? Ist er zu schnell? Er ist zu langsam? Nein, er zieht jetzt wieder an, weil es ihm nicht passt, dass er von einem Hänger überholt wird. Die Aktion wollte ich mir nicht geben. Ich habe allerdings relativ schnell gemerkt, das funktioniert so nicht. Ja, irgendwie fahren es dann halt doch so unberechenbar. Und dann werden es auf einmal langsamer. Und dann, ja, es war nicht gerade schön. Also ich war gezwungen, in vielen Fällen dann doch auszuscheren und zu überholen. Blöd war halt bloß. Wenn hinter dir ein schnelles Auto kommt, so ein ganz klassischer PKW mit ziemlich vielen Pferdestärken unter der Haupe, wenn der sieht, dass du einen Hänger dran hast, wird schon mal prophylaktisch die Lichthube angeschmissen. Aufgefahren natürlich so und so. Und somit zwingt dich dieses Auto, einfach mal ein bisschen Gas zu geben und halt doch auf 110, 120 hochzufahren. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist es, ja, seitdem ich mit meinen Renault 5 und Renault Clios aufgehört habe, nicht mehr so extrem passiert. Damals, kann ich mich erinnern, hat mich das auch immer aufgeregt. Mal von vornherein gar nicht abwarten, wie sich der andere verhält. Einfach mal, kleines Auto, du bist der Kleine, du musst weg. Ja, egal, ob ihr mir jetzt eine Luft auflösen müsst oder ob wirklich eine Lücke da ist. Und da muss ich sagen, das hat mich schon gescheit geärgert. Und ich finde, das wird immer schlimmer. Und da werden die Autofahrer leider immer aggressiver. Ich fahre ganz schnell. Ich fahre auch ganz schnelle Autos. Aber das ist der Moment, wo ich mir denke, eigentlich kann er die Geschwindigkeit per se mal gedrosselt. Wenn die Typen nicht wissen, wie sie sich anständig aufzuführen haben im Verkehrsfluss, dann runter mit dem PS zahlen. oder einfach Deckel zu einem Seiteneinwand. Aber es ist schon sehr auffallend gewesen. Dementsprechend anstrengend wurde diese Fahrt auch. Naja, irgendwann, so nach, ich glaube, 14, 15 Stunden sind wir dann doch angekommen an unserem Ziel. Und dann waren wir da. Und sofort war natürlich alles weg. Wenn man da die Auffahrt hochfährt, in unseren traumhaft schönen Agritourismo, dann fällt schon mal alles ab. Der ganze Weg, der ganze Stress von der Herfahrt. Und dann ist man einfach nur angekommen. Der Blick auf den Trasimeno-See runter. Die Weite, die Berge, die Hügel um uns rum. Ja, und dann, dann hat uns noch eine tolle Überraschung erwartet. Und die hat man als Süßer erst so kurz, bevor wir am Ziel waren, erzählt. Er wusste es nämlich schon. Ich nicht. Ihr erinnert euch, ich habe mich aufgeregt, weil er die kleine Wohnung gebucht hat. Aber die Geschichte, die erzähle ich euch das nächste Mal. Fortsetzung folgt.